Hi, wir sind jetzt in Rotorua, die stinkendste Stadt der Welt. Ist Rotorua vielleicht der stinkendste Ort der Welt? Der erste Eindruck? Sagt ja. Definitiv. Schweflich riecht es hier auf jeden Fall. Es riecht schweflich, es stinkt, könnte man auch sagen. Weiß immer noch nicht. Irgendwas? Riecht sehr komisch. Oh mein Gott, es stinkt hier nach Hölle. Ein Höllengestank. Man ist halt einfach nicht auf zu stinken. Wasch dich doch mal. Am besten hier, ist gleich warm. Es ist halt echt ein Geruch wie verfaulte Eier, schweflich. Deswegen ist dieser Ort auch der stinkendste in ganz Neuseeland. Rota Rua, the name of the city and the lake. Roto Lake Rua 2, second lake. The full name of the city and the lake. Te Rota Rua Nuia Kahumata Momoi. Hi. E te a riki, titiro maira ki a mata. A neu mata o tamariki, e whakapono tu mamako ki a kue. Rota Rua, auch wenn du etwas stinkst, es ist wunderschön bei dir. Rota Rua, be maa tuate temaiti, wairu ata pue. Rota Rua, he patai moku, heia hatu me nu yote au, he tangata, he tangata, he tangata, he tangata. Ja, wir hätten das gar nicht so erwartet. Nee, wir haben so mit zwei, drei kleinen Quellen gerechnet, aber das sind hier irgendwie gefühlt 30, 40 oder so. Ja, und alle sehen unterschiedlich aus und es ist halt übelst warm. Es stinkt halt wirklich nach Schwefel, aber es ist ja auch normal. Und echt klasse. Richtig cool. Und das alles for free. Und wer auf Matsch steht, der sollte mal den Staubserschlammfußbad auschecken. Und auch dieses heiße Fußbad wird gespeist von den umliegenden Quellen. Es stinkt zwar ein bisschen wie alles hier, aber dafür ist es umsonst. Ja, es ist halt ein sehr vulkanisches Gebiet hier und ein geothermales Gebiet. Ja, und der ganze Dampf, der hier aufsteigt, ist halt sehr schwefelhaltig. Dadurch stinkt es natürlich. Te whakarewari watanga o te o whetaua awahiao. Ko? Haka rewa rewa. To the children, the letters of the language, we comprise a song for them to remember. Starting with the first vowel letter, R. The consonants, H, K, Haka, M, N, Mana, P, R, Para, T, W, Tawa. And the two sets of digress, Nga, Whaa. Das sind die Ofen, wo auf die Bewohner noch ihr Essen garen quasi. Und in dem Wasser wird der Mais oder die Kartoffeln gekocht. Korn 10 Minuten, Cabbage 2-3 Minuten, Broccoli, Carrots, Cauliflower 3-4 Minuten. Hier werden der Mais und die Kartoffeln zubereitet. Und wie schmeckt's? Gut geduldet. At one time we had over 35 active geysers. Up on the geyser terrace we have three. Here are the names of the geysers. Kereru, a name of a bird. Wood, pigeon. On top of the geyser terrace is the location of two active geysers. The Prince of Wales of Feathers. We used to call Te Tohu, the indicator. Because when that geyser reached a height of 6 metres, water and steam split into a V. And when that happened, to the left of him, our famous geyser Pohutu would start to erupt. They used to erupt every 45 minutes to an hour. Since 2001, they've been active. Since the eruption on Mount Etna. Now Mount Etna in Sicily is sitting on the Arabian Belt. It connects to the Pacific Belt exiting at the Philippines. New Zealand, the plug hole of the Pacific Belt, which is White Island. Whenever there's movement in the tectonic plate, earthquakes, volcanic eruptions, we get the signs. Since Mount Etna's eruption in 2001, the geysers have been active. We now get up to four, five eruptions within the hour. On some occasions, they will play continuously throughout the day. To give you a perspective of how wide the fault line is that the village is located on, we're at the bottleneck of the fault line. It's been measured up to 120 kilometres in width. So where that hotel is standing, that's one edge of the fault line. And just recently, they made the announcement of the closure of the hotel. Cracks are appearing underneath it. Now regardless which church you attend after services, we still gather together as a family. That's why we have carved houses. They're our identity, traditions, culture. Religion stays in the church. Now the house, we acknowledge Whare Tūpuna. Whare house. Tūpuna ancestor. Ancestral meeting house. Because they're named after ancestors. The name of the house, the name of the chief, the village is named after Wahiao. We liken the house to the body of an ancestor. Coming down the front of the house, outstretched arms. At the end of each arm, fingers. Apex, head. The carved panels coming down the front of the house on either side. Legs. Window, eye. Door, mouth. Our people believed there was one creator. We acknowledge i o mātua. We are reflections. That's why there's distortion in the carved panels reminding us of the imperfections of mankind. Now features, starting with the head, to our people, most sacred part of the body, as we never had a written language. So the carvings, the houses, the markings on the faces. And they weren't drawn on the face. They were edged into the face. Just like the carving. We called tā moko. So the men, they had the full face markings. Women had the lips and chin done. Representing status, genealogy, accomplishments. Now when it comes to genealogy, one side of the face, your father's history. The other side, your mother's. When it comes to accomplishments, from the eyelids down. When it comes to knowledge, from the eyelids up. As well as singing and dancing our language. Now next feature, fingers. Representation of mankind. Birth, life, death. Now if there happened to be a fourth finger. The panels on the side of the house portray the fourth finger. Pointing in the opposite direction. Life after death. Our people do believe in the spiritual journey. Enlarged eyes, protruding tongue. Act of defiance. Before the men did battle, performing the haka. The war dance. During this, tamping their feet on the ground. Slapping their legs. Chest, arms. At parents' hands. oster, and dancing who used spinach. Islam, seen his hands. Islam, seen his hands. It didn't happen to be a language. Back to the malwa. prayers andándice. O'Bibbi, O'Bibbi, o'Bbi von card. Utina, hungrana. Adam, hingrana. Her allege and quilman, offers摩 Haja yam. Sadiner,거나, Das war's für heute. Sous-titrage Société Radio-Canada Auch wenn es hier einladend aussieht, das Wasser kann bis zu 100 Grad haben, umso tiefer man kommt, 200 bis 300 Grad. Und es gibt hier ein paar Löcher, die nicht mal einen Grund haben, zumindest kann man die nicht messen. Unser Besuch im Vakarevareva hat sich auf jeden Fall gelohnt, es war übelst schön hier und es gibt so viel zu entdecken, einfach herrlich. Geht da hin. Der Kopf raucht. Verstehst du. Wow. Wir hoffen euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da. Über Feedback in den Kommentaren sind wir natürlich auch mal dankbar. Abonniert einfach den Kanal und seht mehr. Und für mehr Leckerlis klickt einfach hier, hier oder hier. Bye. 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 Bye.